Hi, wir sind's wieder, eure Lieblingsband, hier vom Dom in Trier. Wir sind jetzt angekommen hier in Trier auf dem Hauptmarkt, freuen uns sehr gleich hier vom Umzug eine Runde zu zocken, danach geht's in die Arena. Aber ein kleines Problem und zwar, wie schon am Sonnertag können wir nicht passieren, wir können einfach gerade nicht vorbei. Das Problem ist, das Passwort ist zwar da, aber der Schlüssel des Busses fehlt. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. Anmachen noch? Rappelkiste anmachen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. So, die Rappelkiste ist fertig und jetzt können wir loslegen. Jetzt muss der Herr Wachmeister erstmal den schweren Booster wegrollen. Dankeschön. Es schmeckt einfach vorzüglich. Lecker Mayonnaise. So, sind jetzt gut gespeist. Ne, haben jetzt gut gespeist, sind jetzt gut gestärkt. Wir fangen jetzt weiter in die Trier-Arena und freuen uns sehr um 17 Uhr da die Arena komplett abzureißen. Dann machen wir. Wird schön. Gucken wir mal einen Augenblick auf den Dom. Klong. Schön. Euer Lieblingsband. Wir sind jetzt hier an der Arena angekommen. Du hast ein bisschen Dreck auf der Linse. Das ist aber kein Problem. Macht dich nur schöner. Macht mich nur schöner. Mich macht alles nur schöner. Ja. Nur für die Sauerei zu machen. Fetter Sound. Leck o leck o leck. Ja, das wird auf jeden Fall ziemlich geil gleich. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall Titans. Das 그거 rauskommen. laying der 2.5 Musik Lauter! Viel viel lauter! Musik Und noch ein wenig lauter! Kamele, Kamele! Also, wir haben es geschafft. Trier, Adina ist jetzt auch vorbei. Die Session 2017 ist überstanden damit. Und ich glaube, wir haben sie ganz gut hinter uns gefragt. Zwar mega geil, vielleicht unsere schönste Session bisher wunderschön. Vielen Dank allen Leuten, die uns gefeuert haben. Vielen Dank allen Leuten, die uns unterstützt haben. Danke unserem Busfahrer, Haller, unserem Tontechniker, Olli, dem Jörg, der uns auf der Bühne aus einer Schnapsidee herausgebrochen hat und unterstützt hat. Björn danken wir. Unser nächstes Bandgrip klingt aber sowas von für geile Videos und seinen Einsatz an der Gitarre. Es war eine mega Zeit. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt noch mal sauber. Bis nächstes Jahr und tschau tschau. your fshh bei z z